Musik Hallo und herzlich willkommen ihr LS17 Feuerwehrverrückten Ich bin euer Fabian und ja Ne, ich bin mein Fabian, aber Nein, ich bin ich Ich bin ich und du bist du Müller Seese, der ist Patrick Alles durcheinander heute Ja, bin ein bisschen Ich bin ein bisschen spät dran, eigentlich hatten wir darüber gesprochen, dass wir um Um 20 20 haben wir ja noch geschafft gerade Hallo mit Blauricht und was, allem oder was? Ja So viele hat, so viele Was mache ich da gerade eigentlich? Das weiß ich selber nicht Ey, wenn Mario da jetzt weiter so stehen bleibt, dann haben wir gleich noch einen TH Geh mal so schon mal Scherisch breit voraus Warum? Okay, warte, ich schon draußen Mario, Mario ist nicht zu verdrehen Ey, Fabian, okay, du hast auch mein Autonäne hier So, gut hoch So, schön Schön, dass ihr das reichlich hergeschafft habt Müssen wir bei Fabis LKW üben mit Scherisch breit so Antreten, Leier rein Also schön, es ist Also schön, dass ihr es geschafft habt Da würde ich mal sagen, macht irgendjemand das Tor gleich zu Ich mach das Und dann würde ich sagen, hauen wir ab Wow, mach halt das andere wieder auf, okay Ihr wisst ja, wo es hingehen soll So Patrik, der neue Bohrbrunnen Aber wo sind Sie denn seit 6 ist auf anderen Seite? Ich weiß nicht genau, wer genau wo da war Wo war der Sasse denn? Der neue Bohrbrunnen müsste eigentlich bei Feld Hier 146 sein, 146, der Wal da Hörer, darf ich mal eine Sache mit ausziehen, der ist so warm Du musst wenig unter PA sitzen Sitze ich auch nicht 46 146, glaube ich war das 146 Ja, 146 Ich muss grad mal 146 da hinten War ich bei LF24, Florian Stappenbach von Leitsch.com LF24 hört Wir haben ein B1 reingekriegt, Mülleimerbrand gegenüber von der Shopstraße Anrufe euch ein, Herr Heinz, bitte ich fahr da mal hin Ja, wir fahren hin Danke Das ist ein Ende Mario, guck dir genau an, wie man fährt Ich seh das nicht, ich hocke rückwärts Ja, dann mit deinem Pech Und nicht absitzen, bevor wir uns sogar nichts gesagt haben Oh, da, tatsächlich So, stopp, warte, bleib mal stehen Woll, das ist sehr niedlich Alter, lass das Grüne bitte wieder aus Was? So, absitzen und hinterm Fahrzeug aufstellen Wir stellen ja mal auf mich drauf sprengen Ich bin auch nur der Kursche Hallo Machines, geh weg von Bisschen, bisschen Platz machen Hallo Hallo, ich bin Angriffsdruck Kann auch ruhig Kann auch ruhig Kann auch ruhig zu meiner Seite kommen, ne? Hallo, ich bin Schmelder So Angriffsdruck Angriffsdruck mit einem schnellen Angriff Ist da Mario Mit einem Schnellangriffsschlauch die Mülltonne ablöschen Ohne PA So Vergesst nicht das Wasser Marsch zu geben, ne? Mario, Melder, hierher! Ich war kein Melder Du bist Melder, haben wir gesagt Wasser Marsch Verstanden Das ist keine Verkehrsabsicherung Hier ist Verkehrsabsicherung Wo ist denn der Rest vom Wassertrupp? Haben wir keine Dann ist Mario mit Wassertrupp Wo ist Mathis denn? Da ist Mathis, guck doch Ich bin hier, hab gerade kurz rausgespürt Ach super, ich wollte euch gerade den Auftrag geben Entschuldig bitte, ich musste gerade erst mal gucken Das hat doch Heckwaren an, das reicht Es gibt aber auch Idioten, die fahren mit 180 in den Heckwaren Da kommt einer rein Mario Ein bisschen Spaß Leon ist da So, Eingriff drauf Hallo Leon So, Feuer aus Packt mal eben zusammen, dann wollen wir neuem schnell zum Hast du noch mal was zu sagen hier? Zu den Borbonen Dann würde ich sagen, wir fahren aber jetzt Wir fahren jetzt aber zu den zweiten, das ist näher dran Oh man Dann fahren wir nämlich Dann fahren wir nämlich Dann fahren wir nämlich zu dem bei Feld 93 bei der Bei der Dings da hinten Ähm, okay Man, er lässt halt keinen Bock mehr Er lässt müde Er lässt müde Er lässt müde, er lässt nicht lang Ey Ey Jetzt sage ein 4x, keinen Bock auf dich So, wo ist der zweite? Bei 96 bei dieser, bei diesem Firmengelände Okay, ja Meinen lässt sich auch gestern 96 Weiß nicht jetzt wo auskommt wo 96 da hinten Das ist die Straße, die Straße jetzt einfach runterfahren Warte, der nächste der jetzt aussteigt, der kann gleich hinterherlaufen Ich habe mich nicht an Den nächsten, der aussteigt, den ziehe ich hinterm Seil her Mit dem Seil hinterm Auto her Oua Okay, das war jetzt nicht praktisch klug, wo ich langgefahren bin Aufnehmen Guck mal unser Name So, und jetzt Links Nochmal links Links Ne, geradeaus noch mal im Moment Entschuldige bitte Was für ein Satz? Das war gerade kein Wir hatten gerade ein Mülleimer-Brandherz und ich habe erledigt Okay So, jetzt links Nehmen wir schon auf, wir haben hier nur 10 Minuten So Personen weg? Jo, Frau Fabi, wie lange sind wir schon? Was sagst du? Ich muss mal gucken auf die Uhr, wie lange schon Kann ich gerade nicht Kann ich nicht Kann ich nicht Tue ich auch gerade nicht Jetzt ist noch okay Ich weiß ja ungefähr, wann ich angefangen bin Ne, ungefähr, nachher sind es zwei Minuten So Das muss hier irgendwo auf dem Häuschen auf der Ecke sein Hier abbiegen, bitte Irgendwo hier auf dem Gelände vorne muss das sein So, drehen wir gleich aufs Pfund, biegt gleich mal da vorne in die Straße Und drehe einmal um Der steht hier nämlich auf der Ecke Drehen wir hier um Richtig Und dann fährst du da gleich bei dem Parkplatz rückwärts dran Der ist total blöd mit dem Parkplatz Dann kannst du jetzt ruhig richtig auf den Parkplatz fahren Aber stell mal vorderstehen Autos Ah Siehst du, ne Toll gesetzt Wir haben die Drehleiter noch durch, das geht aber nicht Das hat ja jetzt mit der Drehleiter zu tun Da war die größere, was da war denn drin Oh ja, ich weiß, was man hier mal machen könnte Holzlagerbrand Fabian gehst du raus und weist mich hier mal ein Mach ich So, kannst Weiter 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 Stopp So Bitte Warnblinker und Blaulicht an So, absitzen Einmal Wasserversorgung mit dem Eine Leitung und dann selbstgebauter Wasserwerfer aufs Feld drauf Und dann einmal bisschen pumpen, Patrick Ne Einmal Ja, immer 5 Minuten So Ja Da das jetzt langweilig werden würde, würden wir das die ganze Zeit filmen Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Ja, okay Das kam jetzt unerwartet Das kam jetzt unerwartet Dann machen wir es ganz einfach Diesen Einsatz seht ihr im nächsten Video Bis dennig Weраз 我们 De D De 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 Die De De Bis zum nächsten Mal.